Und der Hermann Rudolf Meier, Hermann Rudolf Meier, MNCC, Versuchssendung, schönen guten Nachmittag. Am Ulti in der MNCC, das ist der Hermann Rudolf und der liegt klar P3 mit dem Wetter. 83, 18, 13, 02, 40, 01, 45, bravo Charlie. Wir wünschen euch eine ruhige Wache und bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind hier auf dem Rettungskreuz Hermann Rudolf Meier von der Station Bremerhaven. Ein Rettungskreuzer, 23 Meter lang, 7 Meter breit. Für das Einsatzgebiet auf der Weser zuständig, von Norden Hamm bis halbe Strecke Helgoland. Und geografisch gesehen von der Vogelinsel Mellum bis nach Neu-Welk rüber, knapp über 2000 Quadratkilometer Wasserfläche, wo wir eben die Sicherheit für die Wassersportler, Wattwanderer, Surfer, Skyter sicherstellen. Die Crew hier besteht aus Neumann Festbesatzung, wovon immer vier hier an Bord sind. Und das 14 Tage lang. Das hier ein relativ schwieriges Revier, aufgrund der riesengroßen Wattflächen, die wir hier haben. Wir haben hier ein Mittel-Eintidenhub von 3,80 Meter. Und naja, mal ist das Wasser halt da, mal ist es nicht da. Und zwischendrin wird das irgendwelchen Leuten dann halt auch zum Verhängnis. Ja, und wir helfen überall, wo wir können. Im Großen und Ganzen ist allerdings trotzdem zu sehen, dass die Sicherheit auf dem Wasser sich erhöht hat. Die generellen Seenotfälle, wie man sie eigentlich manchmal in den Büchern liest, dass jetzt irgendwelche Schiffe ausbrennen oder sinken, dass Personen stundenlang im Wasser treiben, ist nicht mehr so gegeben. Die gibt es auch noch, aber unsere Hilfeleistung ist doch mehr dahin zurückgegangen, dass wir im Vorfeld schon, wenn einem die Maschine kaputt geht oder sein Segelrick unklar ist, dass wir die dann eben eine Hilfeleistung, technische Hilfeleistung anbieten, die reinschleppen. Ja, und dann und wann gibt es natürlich auch mal einen gestauchten Finger beim Segeln oder da meine Platzrunde am Kopf, wenn sie den Großbaum hinkriegen. Schönen guten Abendmiddag, MRCC, 15.50 Uhr, der Hermann Rudolf Mayer, ab P3 zur Kontrollfahrt. 15.50 Uhr, Kontrollfahrt, gute Fahrt und tschüss. Jo, danke, bis später, tschüss.